Hallo, bist du Trainerin oder Trainer? Dann brauchst du den Boxenstopp. Hi, ich bin Michi und ich habe gerade das Seminar Boxenstopp von Amentar ab absolviert und ich muss sagen, ich bin total begeistert davon. Und warum bin ich begeistert? Weil es um die Frage geht, warum bist du so teuer? Und die Antwort für mich ist, weil ich es wert bin. Und genau das vermittelt Amentar ab in seinem Workshop und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil er es so authentisch macht und das lebt als einfach ist. Was mir gefallen hat, ist, dass ich heute sehr viel über mich selbst gelernt habe, dass ich Fähigkeiten habe, die ich mir selber nicht zugetraut habe. Zum Beispiel ein Unternehmen präsentieren, kurz, knapp und klar, was anderen sehr beeindruckt hat. Und der Workshop war sehr interessant, sehr spannend und hat auch viele Fragen aufgeworfen, mit denen ich mich wohl in weiterer Zukunft auch beschäftigen werde. Ja, hallo, ich bin der Klaus. Ich bin zum ersten Mal heute beim Amentar auf dem Workshop gewesen. Das war sehr informativ, schön strukturiert, alles klar verstanden, es ist einem niemals langweilig geworden und ich habe eine tolle Idee, die ich mich genommen habe, wie ich mir notiert habe und die ich noch genau wie jung werde. Das hat sich für mich echt auszuhören. Ich würde sagen, gut dran, es war sehr toll. Dann schafft es in einer ganz fregnanten Art und Weise, diese Dinge hervorzuholen und zu klimatisieren und es gibt einem damit ideal die Möglichkeit, etwas zu schaffen. Finde ich toll. Die drei Stunden mit Armin und Alla hat nämlich viel an Übung gebracht, viel an neuen Impulsen und Inputs, wie ich bei meinen Verhoffungssituationen besser agieren kann, und es geht besser die Botschaft, mit die ich von mir zu machen will und wie ich mit der Frage, warum sind Sie so teuer, das ist für mich. Dankeschön. Also, beim nächsten Mal bist du dabei, oder? Danke. 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 Danke.